Im Februar sind wir mit unserem neuen Spiel Einleben auf der Didakta in Halle 7. Einleben ist ein digitales Lern- und Erfahrungsspiel für den Unterricht ab Klasse 10. 20 Minuten für den Blick in die Zukunft. Was passiert im Alter zwischen 16 und 30 Jahren mit Blick auf Familie, Beruf und Freizeit? Entdecke deine Möglichkeiten. Das Spiel kann an unserem Stand auf der Didakta getestet werden und wird dann aufgrund der Fragen und Hinweise weiterentwickelt. Kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch.